Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Session Greed Origins. So, wir haben den Klagen letztens noch erreicht und anscheinend gibt es hier einen Schelf-Vossil. Schauen wir mal jetzt. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Ich glaube, hier ist keine Wache oben. Hast du uns wirklich verlassen? Wo ist denn ein Versuchungsgebiet? Hier muss es sein. Wo oben oben? Echt? Boah, ich seh's nicht. Okay, wir müssen uns kurz um die Leute kümmern. Wie kommt es? Ich werde nicht gelesen. Der ist tot! das ist kein bauernhof sondern ein großes militärlager Nein, nicht! Ähm... Oh, nein! Das Feuer schreckt mich nicht nieder! Oh, krass! Oh, krass! Das Feuer schreckt mich nicht nieder! Oh, krass! Boah! Boah, was war denn das jetzt, ey? Freien! Ah! Adi-di! Sa'ev-ang-chum-hey-um! So gütig! Ich danke dir! Zessen! Mach mögen Isis! Und Horus! Und Serapis! Und Anubis! Und... Verheil dich du nach! Bedanke dich später! Oh, tschung vor, ich frag mich wenn... Von wann? Auf dem Schiff, willst du mich verarschen? Echt? Schaut du auf dem Schiff drauf? Na toll! Na toll! Da kann ich noch lange hier... Das ganze Camp... Alles wie die machen! Aber immerhin! Weil es keine Wache mehr... So! Gefangensprechen! Gut! Was ist das jetzt? Scheint so! Wahrscheinlich kann ich verfügbar... Wieso nicht? Ah, jetzt! Okay! Wieso ich die Welt kann nicht verfügbar... So! Gibt es hier noch ein kleines Floß, das ich vielleicht karpfen könnte? Ja, da hast du noch ein paar Nussschalen, ne? Na gut, besser als nichts, ne? Seine hier ist nicht mal mehr fahrtüchtig... Wo ich jetzt sagen, besser als nichts... So! Jener da aus dem Meer ist etwas... Dem gehen wir jetzt auf die Spur... Oh! So! Ja! So! Ich fahre mich immer... Wer eigentlich die ganzen Schätze verloren hat... Witzig ist auch immer... Es kann weiß, dass alles untergehen... Aber die Trugen sind immer ganz... Und sie stehen immer schön gerade da... So, okay... Jetzt hätte ich da noch was gelesen, ne? Ah! Ich will jetzt zurück! Warte, ich nehme deinen Schiss! Ich... Wegen! Sim! So! Okay, was kann man jetzt nehmen? Es ist überhaupt gar auf uns was gesprungen... Vielleicht nötig gewesen... Für was es nötig ist, mit dem Schiff genau mal aufs Wasser... Äh, aufs Ufer zu fahren... Aber... So! Es ist... Wie ist denn denn der... Der Mast... Umgefallen... Wer mich erschlagen hätte... wieder ein camp, wie ein romisches Jumplager, was Jumplager, wie, was ist das bitte schön das ist die Tür was ist denn das bitte schon Jumplager? Hä? Ich komm hier jetzt rein Elefant töten Okay, ich muss hier rein kommen Hier rein kommen und dann Hm? Elefanten töten Ah, ich kann das Tor rein Ich kann das Tor öffnen Okay Was ist denn Elefant? Oh wow Wie? Oh 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 Okay Oh Oh Ja, ich glaube, wir kommen dann mal zurück später. Ich glaube, das ist ein bisschen... Oh, da. Das ist eine Stufe. Hm, da gibt es einen Trick irgendwie. Da gibt es noch einen Trick. Ich habe noch nicht rausgekommen, weil ich glaube, es gibt einen Trick. Das ist eine Stufe. Das ist ein Trick. Schalke, hola! Ja, ich wollte sagen, jetzt bin ich in der Ecke. Ja, klar, wir lassen das mal. Das ist doch irgendwie nicht machbar, der ist viel zu stark. Wir kommen zurück. Wir kommen zurück und machen den dann alle, den Elefanten. Ähm, so. Mein Gott. Jumplade. Ja, rumjumpen mit dem Elefanten wegkommen. Ich habe nicht ganz herausgefunden, wie es am besten geht. Weil er trifft einen schon eher als nicht. So, wie es ist, oder was? Oh. Oh. So, komm. Oh, die Fakten hat man... Oh, okay. Oh, das ist alles klar. 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 Oh. Oh. Das ist alles klar. Oh. 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 Okay, weg. Ich verarschne? So. Hallo? Boah! Das schildert eigentlich die Nevenechte. Oh, was das? Boah, irgendwelche Umstände wegen dem Schild. Unglaublich. So, waren hier noch welche. Ah, ne, sehr egal. Sehr gut. Hallo? Besser aus mit mir. Okay. Gut. Jetzt haben wir alles erledigt hier. Jetzt wäre es eigentlich hier das hier das nächste. Gah! Wenn das ist, wenn das gewösch hier. Oh. Nö. Oh, die fucking Reta. Okay. Oh. Pff. Unglaublich. Maas. Oh. 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 Uh. Oh. 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 ein bisschen, ich halte das Leder hier, nicht wenig so haben wir einen Lüben? haben wir einen Lüben, sehr gut ich habe angefangen, dass die Lüben hier eigentlich ein gutes Fälle geben, weil sie daher die eigentlich schon töten sollte sie hilft vielleicht auch, dass sie jetzt besser leben vor allem, was hier passiert, bei meinem Glück was ist das? was ist das? wir finden einen Ort zum ausruhen, vermutlich das ist dahinter da ist es nein hier oben oder hier, weich Hier? Tatsächlich hier. Also Fähigkeiten. Wir haben drei Punkte. Was möchten wir lernen? Irgendwas, was uns wahrscheinlich hilft geben müssen. Eine heimliche Kehl mit dem Bodenbier da. Das wäre nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Das machen wir. Dann kriegen wir Leben wieder dazu. Okay. Gut. So weit, so gut. Ja, zeitlich sind wir eh durch. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge. Ja, ich würde es immer hier durchzugehen zuerst. Ja. Jetzt schauen wir uns in diesen Tablet an. Und dann hoffe ich hier, es schaltet wieder ein. Ich bedanke mich schon mal für's Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und dann sehen wir uns wieder morgen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht selbe Zeit. Auf diesem Kanal. Bis dann und Bye Bye. Hope es ihnen geht. Oh, ha via! Oh, bah yah! Vielen Dank.